Hello ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Es ist schon wieder echt lange her, ne? Das tut mir auch wirklich ein bisschen leid, aber ich bin im Moment mehr dazu in diesem Video in so einem Zwischending. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Wir hatten das, glaube ich, Ende letzten Jahres schon mal. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Aber es passieren so viele Dinge parallel, dass ich mich gar nicht wirklich intensiv damit auseinandersetzen kann. Aber ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich nehme mir jetzt wirklich vor, mehr zu vloggen. Denn ich möchte einfach mehr Videos machen. Ganz einfach. Ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich erzähle euch schon mal so ein bisschen grob, was auf jeden Fall passieren wird heute. Für mich geht es jetzt nach Hamburg. Ich habe mich jetzt schon einmal schnell angezogen. Es geht nach Hamburg aufs Taylor Swift Konzert. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich riesig. Ich habe meine Outfits stehen. Ich habe meine Freundschaftsbändchen mit dabei. Und ich nehme euch einfach so ein bisschen auf der Reise mit. Ich mache das ja ganz gerne, in so einer Reise ein bisschen mit euch zu vloggen, weil ich da einfach natürlich noch was anderes zeigen kann. Aber, um auf den Punkt zurückzukommen, den ich eben meinte, ich möchte mehr Vlogs machen, auch wenn nichts passiert. Weil es passiert ja trotzdem immer was. Und ich möchte euch einfach ein bisschen mehr zeigen. Und ich glaube, ihr mögt das auch. Und wir machen das jetzt einfach. Wir machen das jetzt einfach. Ich habe mich jetzt einmal schnell ein bisschen fertig gemacht. Ich habe tatsächlich noch ein Momentchen Zeit. Es ist jetzt 8.01 Uhr. Ich habe meine Tasche gerade gepackt. Mein Koffer ist auch soweit fertig. Ich muss noch das Make-up zusammensuchen. Das machen wir gleich und dann geht es los. Es wird heute ein bisschen stressig, in Anführungszeiten. Zeitlich stressig. Denn ich komme erst so gegen 14 Uhr in Hamburg an, am Hotel. Und um 15.15 Uhr werden wir schon wieder abgeholt. Und Check-in ist erst um 15 Uhr. Also ich habe im schlimmsten Fall 15 Minuten, im besten Fall 1 Stunde 15 Zeit, mich umzuziehen, mich fertig zu machen. Und dann werden wir auch schon abgeholt. Ich bin von Maybelline eingeladen worden. Kein bezahltes Video. Es fließt kein Geld mehr. Ich bin einfach nur gefragt, ob ich sie begleiten möchte. Und da sage ich natürlich nicht nein. Ich habe nämlich leider selber keine Tickets mehr bekommen, als die Tickets damals online gegangen sind. Wo war ich da? Ich war auf jeden Fall nicht in der psychischen und physischen Verfassung, Tickets zu kaufen. Und bin super, super dankbar, dass ich diese Möglichkeit noch mitbekommen habe. Wir haben dann ein bisschen Zeit, uns fertig zu machen. Ich glaube sogar fast zwei Stunden. Aber ich kann mich da natürlich nicht ganz so entspannt fertig machen. Wie vielleicht im Hotelzimmer. Wir kriegen das alles hin. Ich freue mich sehr. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Jetzt noch einmal schnell durch die Tasche durch. Ich habe mir das Beste überhaupt von der Hochzeit, auf der ich vor einer Weile war. Da habe ich einen kleinen Handspiegel mit dabei. Bridesmaid. Und ich habe so ein kleines Täschchen. Da habe ich alles drin, was ich brauche. Compact, um ein kleines Touch-up zu machen. Eine Handcreme. Das Wichtigste. Ihr habt es ja leider schon bei Instagram gesehen. Ein Sample. Es riecht so gut. Ihr wisst ja, mein Traum Anfang des Jahres war es, mein eigenes Parfum zu produzieren. Und wenn ich einen Wunsch habe, etwas zu machen, dann muss ich mich da reinknien. Weil ich habe festgestellt, in den letzten 5, 6 Jahren einige Sachen passieren. Einige Sachen passieren einem. Aber für manche Sachen muss man einfach selbst ein bisschen Engagement mit reinbringen. Und das habe ich Anfang des Jahres auch direkt gemacht. Und ich meine, wir haben jetzt Juli und ich habe vermutlich das perfekte Sample in der Hand. Nach sieben Monaten. Es gibt so ein paar Probleme noch mit der Verpackung. Und vor allen Dingen, das ist eigentlich der größte Punkt. Mit den Händlern. Das ist so ein bisschen schwierig noch. Da bin ich ganz transparent. Gerade weil ich ja auch sehr in der Drogerie zu Hause bin, sagen wir es so. Es ist ein bisschen schwierig, alle Drogerien davon zu überzeugen. Oder eine Drogerie davon zu überzeugen, dass sie das natürlich auch einkaufen. Also ich kann natürlich viel mehr Produkte zu euch bringen, wenn das mit einer Drogerie gemeinsam passiert. Die das dann verkauft. Und statt, dass wir das aus dem Lager bei uns machen, wir diese Lagerkapazitäten gar nicht haben. Daran kämpfen wir gerade noch so ein bisschen. Da habe ich mir eine kleine Fusselrolle gestern noch geholt. Hand Desinfektion. Ein Nagelöl. Das ist von Semilack. Ich mag das total gerne. Ich bin ja so eine kleine Knispermaus. Und dann setze ich mich einfach hin im Hotel. Und mache das hier rauf. Masse das kurz ein. Und dann sieht die Haut auch gleich ein bisschen besser aus und wird gleich so ein bisschen gepflegt. Dann habe ich noch ein paar Kaugummis hier mit drin. Bin ich jetzt in meiner Mom-Ära angekommen? Ohne Mom zu sein? Vorstatt, Dad. Ich habe sogar eine kleine Zahnseide dabei. Ich war nämlich neulich in Köln. Und ich habe was gegessen. Und ich hatte was zwischen den Zähnen. Und ich habe es nicht rausbekommen. Das war mir so peinlich. Ich habe es nicht rausbekommen. Und deswegen habe ich mir jetzt eine kleine Zahnseide überholt. Also falls ich jemanden von euch treffe. Und jetzt Zahnseide braucht. Ich werde was gestattet. Gut. Also es ist alles mit dabei, was ich jetzt brauche. Auf der Fahrt. Hand Desinfektion. Handcreme. Zahnseide. Kaugummis. Alles okay. Koffer ist gepackt. Ich habe auch nicht so viel jetzt mitgenommen. Also. Was heißt nicht so viel? Ich habe zwei verschiedene Outfits mitgenommen. Weil ich mich nicht entscheiden konnte. Möchte ich. Also. Das Motto der Taylor Swift Errors Tour sind natürlich die verschiedenen Alben. Und die meisten ziehen sich dann immer passend zu einem Album an. Oder zu ihrem Lieblingsalbum. Und da kann ich mich nicht so ganz. Konnte ich mich nicht so entscheiden. Und deswegen habe ich so zwei Outfits. Eins könnte für zwei verschiedene Alben stehen. Red und Reputation. Und das andere. Und ich glaube das werde ich tragen. Je nachdem wie warm es heute in Hamburg ist. Folklorevermore. Das sind so meine Alben. Weiß ich nicht. Ich mag das total gerne. Dieses sehr herbstliche. Ich glaube ich bin die Herbstmaus geworden. Oder? Ich weiß es nicht. Okay. Ich gehe jetzt nochmal durch den Koffer durch. Handy lädt. Angezogen bin ich. Ich fühle mich aber ehrlich gesagt noch nicht so wohl mit dem Outfit. Es sieht halt so spießig. Also. Ich liebe ja diesen spießigen Vorstadt-Vater-Look. Aber das ist schon sehr. Weiß ich nicht. Vielleicht ziehe ich mich gleich nochmal um. Und dann geht es schon los. Einmal schnell umgezogen. Mama hat gerade geschrieben. Schick mir Fotos. Später an deine Mama. Gute Fahrt mein Hase. Okay. Perfekt. Ja. Fühle ich mich ein bisschen wohler. Weil es ist nicht so warm heute. Es sind glaube ich 20 Grad. Kommt mir ehrlich gesagt ganz gelegen. Weil ich muss dazu sagen. Ich war in meinem Leben noch nicht so oft auf Konzerten. Vielleicht. Also das letzte Mal ist Rihanna gewesen. 2017, 18. Und seitdem hat sich ja so ein kleiner Tick bei mir entwickelt im Kopf. Dass ich halt nicht mehr an Orte gehen kann, wo viele, viele Leute sind. Gerade alleine oder so. Also ich würde gerne auf Konzerte gehen. Aber alleine ist für mich unmöglich, irgendwo hinzugehen. Ich brauche immer jemanden, der so ein bisschen aufpasst. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen freue ich mich, dass es heute schon eine Gruppe sein wird. Und wir auch hingebracht werden. Und wieder abgeholt werden. Weil ich das einfach nicht mehr kann. Vielleicht machen wir dazu nochmal ein extra Video. Weil ich mich damit im Moment ganz, ganz viel auseinandersetze. Mit so ein paar Einschränkungen, die ich mir selber gebe irgendwie. Und ich probiere die so langsam irgendwie aufzulösen. Ich glaube, wichtig ist es für mich, dass ich mich in diese Situation bringe. Weil ich, wenn ich dann dort bin, den Moment total genießen kann. Ich war ja vor... Das ist jetzt bestimmt schon fast zwei Monate her wieder, in Mallorca. Und es war auch dort eine Veranstaltung, wo ich die Braut geschminkt habe und mit dabei war. Ich habe mich total verrückt gemacht. Weil ich kannte halt nur die Braut. Und ich kannte ihre beste Freundin. Und die Eltern so ungefähr. Den Rest der Gruppe nicht. Und ich habe mich wirklich verrückt gemacht. Wie wird das sein? Wie werde ich mich fühlen? Wie finde ich irgendwie Anschluss? Weil ich da ja so ein bisschen... Es ist so komisch, weil früher war das nie so. Ich hatte nie Probleme, mich einfach zu fremden Leuten zu stellen. Mit fremden Leuten zu sprechen. Oder so ein bisschen zu interagieren mit fremden Leuten. Und das hat sich total verändert in den letzten Jahren. Dass ich wirklich wie in so einer kleinen Blase bin. Und dann gehe ich lieber in eine ruhige Ecke. Und bin dann für mich, bevor ich in eine unangenehme Situation komme. Und ich muss mich aber auszwingen aus diesen Situationen. Und als ich dort war und dann diese Hochzeit war. Und wir dann getanzt haben. Und ich meine, tanzen. Ich würde niemals... Also bis dahin. Ich dachte, niemals würde ich mich da hinstellen und tanzen. Dann gehe ich lieber... Dann muss ich mal auf die Toilette. Dann muss ich noch das machen und das machen und das machen. Anstatt zu tanzen. Und ich habe dann einfach ein bisschen losgelassen. Und das hat sich so, so gut angefühlt. Und ich habe mir vorgenommen, das in den nächsten Monaten ein bisschen mehr zu... Mehr zu probieren. Ich habe auch gestern meiner Mama geschrieben. Weil ich ja auch... Oh Gott, das ist ja total... Ich glaube, wir machen daraus nochmal ein extra Video. Ich will jetzt hier kein Real Talk Video machen. Dass ich Hobbys brauche. Beziehungsweise Dinge... Ich muss aus dem Haus raus. Ich muss Sachen machen außerhalb des Hauses. Um vielleicht neue Leute kennenzulernen. Oder einfach auch unter Leuten zu sein. Habt mir mein... Also, so wie ich aussehe, ich glaube, man glaubt mir das. Aber vielleicht auch sonst nicht. Ich liebe Golf. Ich liebe Golf spielen. Und ich habe meiner Mama gefragt, ob sie mir ihr Golf-Caddy geben kann. Ich habe nämlich kein eigenes. Und sie hat eins. Natürlich ist es pink. Das hindert mich aber nicht daran. Und ich möchte vielleicht nächste oder übernächste Woche möchte ich einfach mal hier auf den Golfplatz bei uns in der Nähe und einfach mal ein paar Bälle schlagen. Einfach so ein paar Dinge tun, die mir Freude bereiten. Anstatt zu Hause zu sein. Und ich liebe es, zu Hause zu sein. Und ich liebe es, den Garten zu machen. Und ich liebe es, so diese haushältlichen Aufgaben zu machen. Aber ich brauche einfach so ein... Wisst ihr, was ich meine? So ein... Ich muss rauskommen. Ich muss was machen. Und das machen wir jetzt. Deswegen freue ich mich jetzt sehr. Ich habe mich einmal umgezogen. Fühlt sich ein bisschen besser an. Es ist nämlich nicht so warm. Und ist aber ganz gut fürs Konzert, um ganz am Anfang wieder zurückzukommen. Mütze nehme ich, glaube ich, nicht mit. Ich bin nicht so zufrieden mit meinen Haaren im Moment. Es ist wieder so eine komische Zwischenlänge. Aber ich war ja vor... Vor der Hochzeit war das. Da war ich hier beim Bar, wo sie so blöd über mich geredet haben. Und die haben ja auch die Haare total verschnitten. Und das muss jetzt erstmal auswachsen. Gut. Mama ist bereit. Ich bin bereit. Und dann geht es jetzt los. Ich muss noch ein Paket wegbringen. Ich will mir unbedingt noch einen Kaffee holen, weil ich bin müde. Das muss ich euch noch erzählen. Auch so ein Ding. Komm, wir machen das jetzt. Wir haben Zeit. Ihr habt einen Vlog angeklickt, der soll lang gehen. Ich bin ja so eine Kaffee im Augenblick. Ich trinke bestimmt oder habe getrunken bestimmt vier Kaffee am Tag. Und ich habe aber... Ich vermute, es kommt durch den Job und durch meinen kleinen... Dass ich mir so viele Gedanken immer über alles mache. Dass ich so eine Unruhe... Ich habe so eine stetige Unruhe in mir gehabt. Und da ist natürlich Kaffee nicht so förderlich. Und ich habe jetzt probiert... Das funktioniert sehr gut. Jetzt seit anderthalb Wochen ist das so. Ich trinke morgens nach dem Aufstehen. Mein Kaffee, den brauche ich. Und den möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Aber ich hätte sonst üblicherweise, bevor ich runtergehe, hierher ins Büro, hätte ich mir noch einen Kaffee gemacht. Und manchmal sogar noch einen dritten. Bevor es überhaupt wirklich losgeht mit dem Tag. Und den ersetze ich gerade durch Matcha. Der macht mich auch wach. Aber der macht mich komischerweise nicht so unruhig. Und ich habe eine Kombination gefunden, die mir schmeckt. Ich fand Matcha immer so ein bisschen... Das hat halt immer nach Gras geschmeckt. Also so nach Wiese. Und mochte ich irgendwie nicht. Die Kombi, die ich jetzt habe, gefällt mir ganz gut. Trinke ich ganz gerne. Wenn es so heiß ist, kann ich den auch mit Eiswürfeln trinken. Und es fühlt sich gut an. Ich glaube, es sind die kleinen Dinge, die ich mir jetzt immer wieder nehmen muss, um so eine Veränderung zu haben. Weil ich bin so ein Routine-Mensch. Ich habe neulich, ist mir auch aufgefallen, dass ich seit Jahren so eine streng, konsequente Routine habe. Und da darf nichts abweichen. Weil wenn die abweicht, dann bin ich total raus. Und ich möchte diese Routine aufbrechen oder verändern. Und wenn es mit Kaffee funktioniert... Super. Natürlich habe ich mich auch nochmal umgezogen. Ich hatte auch zwischendurch nochmal was anderes an. Irgendwas stimmt heute mit meinen Haaren nicht, mit meinem Outfit nicht. Aber es ist völlig egal. Ich hoffe, dass ich gleich noch Zeit habe, mich im Hotel einmal wenigstens mit die Haare zu waschen und neu zu machen. Ich habe mich nochmal umgezogen, hatte dann so ein Strick-Polo-Shirt an. Und dann dachte ich mir, okay, du bist jetzt vor dem klassischen Freizeithemd, was dir zu spießig war, auf ein Strick-Polo-T-Shirt gegangen. Wo gehst du hin? Gehst du golfen? Gehst du Tee trinken? Ne. Deswegen habe ich mir jetzt einfach noch mein T-Shirt geschnappt. Ich bin jetzt auch schon am Hoppenhof angekommen. Selbstverständlich. Wieder viel zu früh. Aber das ist okay. Ich warte lieber hier im Auto. Ich werde gleich nochmal rausgehen. Holen wir vielleicht noch einen Matcha oder einen Kaffee. Und einen kleinen Snack. Ich habe nämlich tierisch Hunger. Oh, das wollte ich euch erzählen. Das machen wir vielleicht die Tage nochmal irgendwie bei Insta oder so. Ich habe ein neues Lieblingsfrühstück. Oh, das habe ich nur zufällig gefunden. Also zufällig gemacht. Ich bin ja so eine Resteverwertungsmaus. Es gibt für mich die Regel, Lebensmittel werden nicht weggeschmissen. Und bevor der Kühlschrank nicht so weit leer ist, dass man daraus nichts mehr machen kann, gehe ich auch nicht einkaufen. So, und das war letzte Woche der Fall. Wir hatten eine Dose Mais offen. Wir hatten eine Dose passierte Tomaten offen. Die Eier mussten auch weg. Champignons waren noch da. Ein Paket Sujub war noch da. Und das war kurz vor dem Ablauf. Und dann dachte ich mir, komm, machst du es einfach mal. Sujub kleingeschnitten mit Frühlingszwiebeln angebraten. Dann kamen die Champignons dazu. Ganz kleingeschnitten. Mais rein. Tomaten rein. Schön anbraten. Und dann ganz wichtig. Ein Schuss passierte Tomaten. Was habe ich gesagt? Tomaten mag? Passierte Tomaten. Es ist ähnlich wie Shaksuga. Denn da kommen dann zwei Eier mit rein. Und das wird dann so ein bisschen aufgeköchelt. Freunde, ich sage es euch, wie es ist. Ich bin ja nicht so eine süße Maus am Morgen. Ich mag am liebsten was Herzhaftes. Und das hat mich so glücklich gemacht. Ich habe mir dann noch zwei Brote, die schon ein bisschen härter waren, getoastet. Und dann so in Würfelchen geschnitten. Super. Das wird mein Herbstabendessen. Wenn ich abends noch ein bisschen Hunger habe, das ist super. Da ist ja nichts dran. Außer Gemüse und Ei. Super, super lecker. Vielleicht machen wir daraus nochmal ein kleines Video. Ich hole mir jetzt noch einen kleinen Stick, eine Brezel oder so. Schlüssel habe ich hier. Auto ist zu. Ich muss mir natürlich auch gleich nochmal ein Foto machen von wo ich parke, weil ich das immer vergesse. Deswegen mache ich mir immer Fotos. Okay. Ich muss auch pullern. Ich muss auch auf die Toilette. Aber das kann ich hier am Bahnhof nicht. Es gibt hier kein schönes Klo. Das ist eine Marktlücke. Schöne Toiletten. Schöne Toiletten. So Pop-Up-Toiletten oder so. So, jetzt bin ich angekommen. Es tut mir leid. Wir haben wirklich nicht viel Zeit. Es ist jetzt zwei. Ich habe eine Stunde jetzt Zeit. Es ist mehr als 15 Minuten. Aber ich zeige euch einmal ganz kurz das Zimmer. Hier ist das Bad. Maybelline hat ja eingeladen. Habe ich euch eben erzählt. Und ich habe schon was total Süßes gesehen. Schaut mal bitte hier auf dem Bett. Hier ist einfach ganz viel Make-up für das Konzert. Das Fixing-Spray brauchen wir unbedingt. Und einfach. Oh mein Gott. Das Zimmer ist richtig, richtig süß. Der Ausblick. Ja, ein Traum. Ein Traum. Wie schön. Farb war wirklich alles in Ordnung. Aber das hat mich so ein bisschen gestresst. Dieses, ich muss jetzt gleich los. Ich muss jetzt gleich los. Ich muss jetzt nicht los. Ich werde mir jetzt ein Käffchen machen. Kurz runterkommen. Mir in der Zwischenzeit schon mal die Haare waschen. Das Make-up runternehmen. Und dann mache ich mich fertig. Ich werde die Kamera selbstverständlich nicht mit ins Konzert nehmen. Ich nehme das Handy natürlich mit. Ich wollte aber auch noch ein paar T-Tocs drehen. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache. Aber ich bin angekommen. Und wie süß. Sieht das Zimmer aus, bitte. I love it. Ich habe jetzt noch 15 Minuten Zeit. Kurz ankommen. Kurz durchatmen. Schon später. Arme an. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele Bändchen. Aber ich habe es eben bei Ensa schon gesagt. Ich habe am Bahnhof und im Zug natürlich schon so viele Mäuse getroffen. Und wir haben ganz viel gequatscht und ganz viel geredet. Und dann hat eine gefragt, ob ich die Armbänder da habe. Und die hatte ich aber am Koffer. Und da kam ich nicht ran. Und das tat mir so leid. Ich dachte, mir hättest du wenigstens mal eins angenommen. Mäuschen, wenn wir uns zufällig nochmal sehen sollten heute. Du kriegst. Du darfst dir sogar eins anziehen. Ja. Also ich freue mich riesig. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mäbelin hat hier echt süße Sachen hinterlassen. Ich freue mich vor allem über den Standy Cup. Ich habe mir ja vor einer Weile einen gekauft. Und ich verstehe den Hype zum Teil. Die sind halt nicht dicht, die Dinger. Also du kannst die nicht in die Tasche packen und dann sind die dicht. Die sind für zu Hause oder fürs Büro sind die genial. Aber ich glaube, da tut es auch einfach ein Strohhelm oder so. Ich weiß es nicht. Ich mag es auf jeden Fall gerne. Ich muss noch meine Tasche umpacken. Man darf ja da keine Taschen mitnehmen. Die Tasche ist viel zu groß. Da passe ich ja rein. Da passe ich rein. Nicht ganz. Deswegen nehme ich eine kleine mit. Aber dann habe ich halt nur meine Hosentaschen für mein Handy und so. Das muss ich mal ein bisschen schauen, wie ich das mache. Ich habe jetzt noch nicht so viel Make-up gemacht, weil wir ja gleich auf ein Vor-Event fahren. Und wir uns wahrscheinlich dort noch ein bisschen fertig machen können. Deswegen wollte ich jetzt nicht zu viel machen. Ich mache jetzt noch mal schnell ein bisschen Mascara auf. Dann nehme ich mich noch mal schnell mit. So. Dann muss ich mal an der Stelle ansetzen. Deswegen schauen wir mal, wie es wird. Ich habe Paula Senfkorn, habe ich gerade schon getroffen. Und die ist auch mit dabei. Und noch eine andere Maus. Ich glaube, Pia heißt sie. Aber wir kennen uns auch noch nicht persönlich. Kann man so? Kann man, ne? Es ist jetzt halt nichts Tolles, aber es muss reichen. Es wird warm. Es wird wild. Ich gehe jetzt noch mal kurz auf die Tür hier nebenan. Und dann geht es los. So, hier ist die Sache. Und diese sind die Sachen, die ich über meine Gefühle habe, oder was mir passiert, oder was mir passiert, oder was ich in meiner Imagination habe. Und vielleicht ist das was du denkst, wenn du diese Sachen hörst, in der Welt hörenst. Und all das wird überwinden, nach heute Abend. Denn nach heute Abend, wenn du diese Sachen hörst, du denkst über uns. Und die Erfahrungen, die wir hier heute gemacht haben, auf die Narrow's Tour. Ich werde deine Hostin, heute Abend. Mein Name ist Taylor. Oh mein Gott. Ein Wunder, wunderschön. Guten Morgen. Ich bin noch so ein bisschen neben der Spur. Ich habe es auch noch nicht ganz verarbeitet. Also, jetzt mal ehrlich, ich hätte euch gestern, ich hätte euch gestern nichts mehr hier im Hotelzimmer filmen können, als ich hier reingekommen bin. Puh, das war ein wirklich krasses Konzert. Und ich verstehe den Hype jetzt. Die Stimmung der aller Menschen in diesem Stadion, das ist so schön gewesen. Einfach zu sehen, wie sich alle so wohlfühlen und alle miteinander, aufeinander freuen. Und dieser Zusammenhalt, das fand ich schon sehr, sehr schön. Ich habe so viele Leute gesehen. Und auch sie ist natürlich sie. Ey, die hat da dreieinhalb Stunden im strömenden Regen hat die da getanzt. Und live gesungen. Man hat es gemerkt, weil sie manchmal so lachen musste oder sich verhaspelt hat oder so. Also, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir hatten natürlich auch einen ganz, ganz tollen Ort, wo wir sein konnten. Dort, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe, glaube ich, ein Weinchen zu viel getrunken dann. Das Ding ist, ich vertrage ja nichts. Es war aber ganz, 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 ganz toll. Und wir konnten dann auch zurück mit dem Bus. Und ich glaube, wir waren so um zwölf dann hier. Und ich bin dann auch sofort reingeschlafen. Aber ich konnte nicht mehr. Also, ein ganz schönes Konzert. Ihr habt mit Sicherheit ein paar Aufnahmen gesehen. Ich muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen mit der Musik. Da kann ich ja nicht alles reinbrusten. Jetzt heißt es für mich aber mal kurz wach werden. Ich brauche dringend einen Kaffee. Und dann geht es zum Frühstücken. Ich zeige mich mal. Ich glaube, der Herr unten gestern in der Rezeption hat gesagt, ich muss da durchgehen. Ich schaue euch wieder einmal diesen Ausblick an. Und er hat gesagt, ich muss da drüber gehen. Und dann gibt es da wohl das Frühstück. Wir sind hier mitten in der Speicherstadt. Wahnsinn. Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, gestern ist gar nichts mehr passiert. Ich war so, so müde gestern. Ich konnte einfach nicht mehr. Also, normalerweise gehe ich ja um neuneinhalb, zehn ins Bett und stehe dann um 5.30 Uhr auf. Aber ich bin ja erst um eins im Bett gewesen und trotzdem um 5.30 Uhr aufgestanden. Das war für mein zartes Herzchen ein bisschen zu viel, beziehungsweise zu wenig. Die Rückfahrt war richtig, richtig lustig. Der Zug war brechend voll. Die haben irgendwie zwei Züge zusammengelegt und dann gab es da Probleme mit den Sitzplätzen. Aber ich hatte den richtigen Zug und konnte dann da sitzen. Und die haben das echt... Also muss ich wirklich mal auch ein Lob an die Deutsche Bahn aussprechen. Die zwei Zugführerinnen oder die, die da arbeiten im Zug, haben das echt sympathisch gemacht. Haben gesagt, so, ich brauche jetzt mal eure Hilfe. Ihr seid tausend, wir sind zu zweit. Und ich weiß, ihr Swifties, ihr seid alle noch so ein bisschen auf dem Konzert. Deswegen hat er dann Shake It Off irgendwie durch die Lautsprecher gespielt und immer so ein paar Anspielungen gemacht. War schon wirklich gut. Hat wirklich Spaß gemacht und es ging dann auch schnell vorbei. Bin gut nach Hause gekommen, denn ich habe uns noch was zu essen bestellt. Und dann ist auch wirklich gar nichts mehr passiert. Ich habe mich jetzt aber nochmal spontan gestern Abend entschieden, dass ich heute nochmal zum Friseur muss. Weil, also es geht noch, aber meine Maus, die mir die Haare immer schneidet, die ist jetzt im Urlaub. Und das bis nach meinem Event. Ihr wisst ja, es ist ja in wenigen Wochen, ich glaube es sind nur noch drei, drei Wochen bis zu meinem eigenen Rossmann Launch Event. Und bis dahin muss natürlich alles gut sein. Und das wächst ja auch bis dahin wieder ein bisschen. Deswegen werden wir das Ganze heute nochmal machen. Direkt im Anschluss habe ich eh einen Sporttermin in mir gebucht. Ich habe meinen Sporttermin schon mit dabei. Und dann wollte ich heute ein bisschen was drehen. Ich habe das Gefühl, ich habe die letzten Wochen eigentlich so ein bisschen schleifen lassen. Es fühlt sich glaube ich aber nur so an, weil wenn ich viel vordrehe, dann brauche ich auch in der Woche nicht mehr so viel machen. Und dann fühlt sich das an, als würde ich irgendwie gar nichts machen. Und das kommt mir auch nicht so zugute. Auch wenn ich dann mehr Zeit habe, habe ich das Gefühl, ich bin faul. Ganz komisch. Ansonsten, einkaufen muss ich auch noch. Meine beste Freundin kommt am Samstag mit ihrem Mann, jetzt Mann, zu uns zum Grillen. Wir wollten uns mal ein bisschen sehen. Sie ist ja nach Spanien ausgewandert. Und wenn wir uns dann sehen, wir haben uns zwar auf dem Konzert schon getroffen, aber da war ja jetzt nicht so viel mit Quatschen. Kommt sie am Samstag nochmal zu uns. Sie hat ja auch ganz viele Sachen im Haus schon lange nicht mehr gesehen. Und da freue ich mich ziemlich drauf. Muss natürlich aber noch ein bisschen was einkaufen für. Ich habe aber auch noch, finde ich ganz toll, das seht ihr aber nicht mehr in diesem Blog, vielleicht dann am nächsten. Ich habe ein Kosmetikinstitut in Berlin gefunden. Die machen ganz besondere Behandlungen. Ich bin ja so eine Kosmetikmaus. Ich glaube, ihr wisst es, meine Oma hat mich früher als Jugendlicher jedes, gefühlt jede Woche oder alle zwei Wochen waren es, glaube ich, zur Kosmetik geschickt, weil ich so Probleme mit meiner Haut hatte. Und seitdem mag ich das total gerne, diese Zeiten. Ich habe ein Kosmetikinstitut gefunden, die macht ganz, ganz spannende Sachen. Es ist eine ganz neue Technologie. Die probieren wir mal aus. Dafür bin ich da. Ich probiere die Sachen gerne für euch aus. Jetzt gehe ich aber schnell rein. Was hat noch zwei Minuten? Wir sehen uns da mit frisch geschnittenen Haaren. Das ist, ja, ein bisschen kann man da auf jeden Fall nochmal machen. Nun gut, sagen wir, wie es ist. Es ist ein bisschen anders gekommen als gedacht. Und Fakten auf den Tisch. Es ist 17.30 Uhr. Es ist Donnerstag. Danny ging es die letzten Tage nicht so gut, war total gestresst, war so ein bisschen erschöpft und so erschöpft. Kopfschmerzen, das Wetter spielt da mit. Und ich bin auch total urlaubsreif, sagen wir, wie es ist. Und ich habe den ganzen Tag irgendwie gemacht und habe jetzt eben auch noch ein bisschen im Garten gewurschtelt. Und ich habe euch erzählt, dass meine beste Freundin zu uns nächste Woche kommt zum Grillen. Und jetzt um 17 Uhr hatte Danny eine ganz tolle Idee. Danny Stiefpapa hat morgen Geburtstag und die feiern an der Ostsee. Und dann hatte Danny die Idee, dass wir eventuell ja vielleicht morgen dorthin fahren können, um ihn zu überraschen. Und fand ich auch eigentlich eine gute Idee. Also ich muss dazu sagen, mich stresst sowas immer, wenn so super, super spontane Sachen sind. Aber ich habe ja auch neulich erzählt, dass ich einfach ein paar neue Dinge machen möchte, so ein bisschen spontaner sein möchte und mich nicht mehr so von meiner Routine greifen lassen möchte. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, wir fahren dann da morgen hin. Und in meinem Kopf schon, okay, was müssen wir tun? Ich muss noch ein Video drehen. Ihr braucht natürlich das Video heute am Freitag. Und ich vlogge ja auch noch. Und Danny braucht seine Videos auf dem zweiten Kanal. Drei Stück morgen früh. Dann stehen wir dann da auf. Ja, so gegen vier. Und dann sind wir so um acht vielleicht fertig. Acht, neun, zehn, elf, Berufsverkehr sind wir vielleicht erst gegen zwölf da. Das ist jetzt auch nicht so die beste Idee, ne? Also das ist eine super Idee, aber auch ein bisschen sehr spontan, würde ich sagen. Oder ein bisschen kurz und dann abends wieder zurück, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen hat Danny dann noch eine noch viel spontanere Idee gehabt, dass wir ja eventuell auch heute schon fahren können. Und heute schon fahren können heißt jetzt gleich. Nachdem Danny seine drei Videos für morgen früh gedreht hat und ich dieses Video gedreht habe. Ich muss dazu sagen, ich freue mich total. Mal, das ist ja auch dort, wo wir geheiratet haben und das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Aber so diese Urlaubsreife, die setzt langsam ein. Ich habe mir ja vorgenommen, spontaner zu sein und nicht mehr so in diesem, es muss alles nach diesem Plan ablaufen. Und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Idee. Noch stresst es mich wirklich ein bisschen sehr, dass es so schnell jetzt geht. Aber wir kriegen das hin und ich dachte mir, ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen was darüber, dass das heute noch passiert. Wenn ihr das Video seht, sind wir wahrscheinlich schon wieder auf dem Rückweg. Ihr habt es vielleicht in der Story gesehen oder so. Es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spontan. Das heißt jetzt aber auch für mich, ich muss noch ein Video für meinen Kanal drehen. Ich muss noch einkaufen gehen, denn meine beste Freundin kommt ja am Samstag. Und wir wollen natürlich hier schön gemütlich grillen, dass wir auch was Schönes zu essen haben. Das werde ich, glaube ich, gleich noch machen und natürlich in den Koffer packen. Ich muss meinen Koffer erstmal auspacken von Hamburg. Habe ich immer noch nicht gemacht. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir sind wirklich urlaubsreifer. Danny ist natürlich, glaube ich, noch ein Stückchen urlaubsreifer als ich, weil er ja im Moment noch viel, viel stringenteren Plan hat. Seinen Uploadplan, drei Videos am Tag plus die Hauptkanalvideos, vier die Woche. Das ist eine Menge an Videos. Und früh aufstehen, spät ins Bett gehen, wenig schlafen. Viel Stress ist das natürlich auch. Das glaubt man, glaube ich, gar nicht immer so oft, dass das wirklich auch Stress ist. Das ist ein anderer Stress, aber man macht sich ja natürlich auch selber so ein bisschen Druck. Und mal rauszukommen, spontan zu sein, ist, glaube ich, immer eine gute Idee, um dann einfach auch mal was Schönes zu sehen. Das Wetter wird, glaube ich, morgen leider nicht ganz so gut an der Ostsee. Aber was soll's? Das ist ja auch nicht ganz so schlimm. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir packen einfach ein paar wärmere Sachen mit in den Koffer und vielleicht einen schönen Pulli. Und habe ich eigentlich eine Regenjacke? Ich glaube nicht. Danny hat auch keine. Wir haben so einen Mantel, der ist so ein bisschen wasserabweisend. Aber das zählt nicht. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich will unbedingt noch duschen gehen. Ich war ja auch heute noch beim Sport. Und dann muss ich dann einmal noch in die Dusche gehen. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich oft zu sehr in der Situation bin und noch nicht das schöne zwei Schritte weitersehen kann. Und das mich dann so ein bisschen hindert. Und vielleicht ist es wirklich auch, es ist vielleicht so eine kleine Challenge. Es ist eine Challenge für mich, bin ich ehrlich. Weil ich bin spontan für Ideen, für Umsetzungen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger für mich. Aber wir arbeiten dran. Ich will ja auch dran arbeiten. Es soll sich ja auch ein bisschen was verändern. Und vielleicht, vielleicht ist das möglich. Wir gehen jetzt runter und packen meine Tasche noch schnell. Ich fange auch schon mal schnell an, so ein bisschen die Skincare-Tasche zu packen. Ich dachte, ich zeige euch das jetzt einfach mal hier in dem Video. Ich habe ja hier im Moment diesen Colibri-Toner. Übrigens, da ist natürlich gar keine Werbung hier. Beziehungsweise keine bezahlte Werbung. Das hier ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist dieses Haar-Volumen-Shampoo. Ich habe ein bisschen was von The Ordinary mit dabei. Bei, das mag ich auch sehr gerne, No Cosmetics. Das ist eins, oder das ist das Produkt, was ich von No Cosmetics am meisten mag, Tatsache. Das ist auch ganz süß. Das war ja in dieser Reisegröße im Moment mit dabei. Haspray, Gel habe ich mit dabei, Puder habe ich mit dabei, mein Dyson brauche ich noch, Zahnbürste ist da, Nagelklipser, Waschgel. Das ist, also das kennt ihr ja wahrscheinlich von meinem Kanal noch, das ist ja wirklich eins meiner absoluten Favoriten an Waschgelen. Mittlerweile, ich kaufe es nicht mehr, weil ich mittlerweile andere Gute habe. Aber das habe ich noch, das ist noch so eine Reisegröße und die ist immer perfekt für die Kosmetiktasche. Eigentlich wollte ich selber heute noch ein Video drehen mit Isana Favoriten, beziehungsweise Domoel. Das ist dieser Fleckenstift, der ist richtig gut. Es sieht ein bisschen schmutzig aus, weil das wahrscheinlich auch sehr schmutzig ist. Make-up nehme ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel mit. Im Moment probiere ich diese Foundation hier leer zu machen. Die ist ganz, 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 ganz leicht. Ist auch schon recht alt, deswegen kommen die mit als Foundation. Wir haben Under Eye Brightener 1, die nehme ich immer sicherheitshalber mit, falls der hier versagt. Ein bisschen Konturdarf mit. Ein Beauty-Schwamm. Mein Favorite, Favorite, Favorite Liquid Blush im Moment auf jeden Fall. Und diese Augenbrauen-Kombinationen. River Loves Me Brow Laminator und das hier, das ist von Fab Factory. Ich glaube, das ist Action. Oben ist ein Puder, oben ist ein Puder und unten ist so eine Pomade mit drin. Mag ich ganz gerne, dafür brauche ich aber noch mein kleines Spoolie. Pinsel, 1, 2, Microfiber Multitool. Oder Beauty-Powder. Ihr merkt schon, das ist eine schnelle Nummer jetzt hier. Diese beiden unbedingt einmal das transparente Puder und der Bronzer. Mascara Wimperntusche. Ja, und ich glaube, dann haben wir es gleich. Ich nehme sicherheitshalber mal den oder den kleinen. Ach, wir nehmen beides mit. Und ich glaube, dann reicht das auch schon an Make-up. Also es wird ja, ich bitte am Strand sitzen, da werde ich nicht viel Make-up brauchen. Sonnencreme habe ich ja in der anderen Tasche schon gehabt. Wobei ich glaube, ich, dass ich auch noch mitnehme. Das ist dieses Misthelf. Das ist das, was ich auch noch mitnehme. Das ist das, was ich auch noch mitnehme. Wir sind wieder zurück und ich gestieße mir ungerne ein, aber das war richtig, richtig schön. Das Wetter war furchtbar. Es war doof, es hat irgendwann angefangen zu regnen, aber ich fand es gar nicht so schlimm. Wir hatten erstmal eine wunderschöne Zeit dort vor Ort und vor allen Dingen sind wir dann spontan noch bei meiner Großtante vorbeigefahren und ihren Kindern. Und es waren alle irgendwie spontan da und wir haben uns einfach getroffen und wir haben uns so verquatscht. Wir wollten eigentlich nur mal vorbeifahren auf dem Rückweg. Ja, und am Ende waren wir glaube ich vier Stunden da und das, also das tat richtig gut. Einfach mal Leute zu sehen, die man selten sieht, die man aber gerne hat aus der Familie und eine schöne Zeit zu verbringen. Und wir waren total selig danach. Also es war irgendwie, es war wie so eine kleine, keine Therapiestunde, aber es war einfach wirklich schön, es tat sehr, sehr gut. Sind auch mittlerweile wieder zu Hause angekommen, recht spät. Ich glaube erst um eins im Bett gewesen, um 5.30 Uhr der Wecker. Ich habe natürlich letzte Woche echt viel schleifen lassen müssen durch das Vieh hin und her. Hamburg, dann Barnermünde, Rostock, hin und her. Habe ich natürlich nicht viel geschafft, deswegen sind wir heute früh aufgestanden, dass ich heute auch drehen kann. Meine beste Freundin kommt heute, ich muss einkaufen gehen, aber guess what? Es regnet, es regnet wie aus Kübeln, aus Eimern. Ich hoffe, dass es besser wird, wahrscheinlich müssen wir ein bisschen aber irgendwie nach drinnen verlagern. Dafür gehe ich jetzt auch gleich einmal einkaufen. Ich wollte den Vlog an dieser Stelle aber natürlich auch nochmal mit einem vernünftigen Ende für euch hinterlassen. Tut mir bitte einmal allerdings gefallen, wenn ihr den Vlog bis zum Ende gesehen habt, schreibt mir doch einfach mal, was soll ich in die Vlogs mit integrieren, was wollt ihr sehen, wie sollten diese Vlogs aufbereitet werden und schreibt mir doch auch am besten mal Kanalempfehlungen in die Kommentare, dass ich mir mal die Kanäle anschauen kann von anderen Mäusen, die vielleicht vloggen, dass ich da glaube ich so ein bisschen was lernen kann. Ich habe das ja auch damals mit Beauty-Mäusen gemacht, ich habe mir ganz viele Kanäle angeschaut von anderen, um einfach so ein bisschen zu lernen, wie sind die Videos aufgebaut, was fehlen sie, was fehlen sie vielleicht auch nicht und vielleicht habt ihr da ein paar Empfehlungen für mich. Ansonsten lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt dem Video ein paar lustige Kommentare, weil die Vlogs natürlich immer ganz, ganz besonders schlecht ankommen von den Aufrufen her und von den Kommentaren her, aber mir macht das einfach Spaß und deswegen möchte ich das ein bisschen durchziehen. Passt auf euch auf, habt noch einen wunderschönen Sonntag in Mäuse. Bis zum nächsten Mal.